Die Joghurt-Joghurt-Performer ist sehr hoch. Er ist sehr hoch, also muss man verbessern. Hallo Viktor, willkommen zu Turnout TV. Es ist 4-1, auf der Nacht. Wie fühlst du uns über das Spiel? Ich fühle mich gut. Es ist ein tolles Wien für uns. Wir sehen uns drei verschiedene Spieler, oder zwei verschiedene Spieler in der Frontline. Wie fühlst du heute mit Diogo Jota? Die Joghurt-Joghurt ist sehr hoch. Man muss sich weiterentwickeln. Wenn du in der Liedsburg-Liverpools-Rollehrie im NDR, was du dir meinen Joghurt-Joghurt-Joghurt-Joghurt-Joghurt-Joghurt-Joghurt-Joghurt-Joghurt-Joghurt-Joghurt? Was werden die Spieler sagen, auf der NDR? Das ich sage ihnen, dass wir diese Energie im NDR, dass wir uns aufnehmen. Vielen Dank, Viktor. Das war's für heute.